Ich hab nichts weggemacht. Und schon sind wir am Schrank. Geil, jetzt müssen wir gleich das Level auswählen. Und ein flüchtiger Blick auf Narnia. Ey, wir bleiben da. Okay. Ja, jetzt sucht Edward. Oh, der hat so ein Kinder-Arch. Das ist auch noch ein Kind. Oh Gott. Man kann ja wohl schon Knackärsche erwarten. Oh, du bist so fies, ey. Er ist voll hässlich. Peters Hübscher. Die sind alle hässlich. Ja okay, Peters sieht auch noch beschissen aus. Meine Freundin meint, dass Edward im späteren Teil dann besser aussieht. Ja, es ist mir so egal. Ich find den Film nicht so doll. Ja, ich auch nicht. Aber trotzdem. Das Game ist so geil, das können wir mal machen. Besonders die Kämpfe nachher, die sind cool. Ich freu mich schon auf die große Schlacht, ey. Oh Gott. Wie lange wir brauchen. Mit meiner Freundin hab ich das noch nie geschafft. Tja, wir haben es schon öfter geschafft. Wir haben es wohl einmal ausgezeichnet geschafft, oder? Ja. Weil da ist es nicht so schwer, die ganzen Dinger zu finden. Und da waren wir auch gar nicht gestorben. Ne, stimmt. Wir haben es einmal geschafft ohne. Da waren wir komplett durch. Wir sind so Angeber. Wir sind so Angeber. Ja, wir sind kein Angeber. Das ist normal. Ein Geschenk. Pack's aus und renn weg, Mädel. Guck dir den Typ noch an, ey. Halb nackt im Schnee. Was soll der da schon drin versteckt haben? Ich, 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 ich wollte dich bloß nicht erschrecken. Boah, ein Trillerroter Schal. Bist du so etwas wie ein wagtloser Gnom? Ich bin kein Gnom. Ich bin kein Gnom. Ich bin ein Mädchen. Ich bin ein Mädchen. Wenn, dann ist sie ein Zwerg. Du behauptest also, dass du eine Eva-Tochter bist. Ja, natürlich bin ich da. Eine Evas-Tochter. Natürlich bin ich eine Evas-Tochter. Ja. Ja, klar. Ist logisch, ne? Oh, Gottes Willen. Ach, das war ja in Sekret. Was? Das wär' ich grad' nicht eingefallen. Was? Du bist so dämlich, ey. Adam hat immer mal... Gottes Willen. Oh, vielen herzlichen Dank, aber ich muss jetzt wieder zurückgehen. Oh, du musst jetzt wieder zurückgehen. Ja. Ich schmink schon mein Toll. Oh, Edmund! Oh, Edmund! Oh, Edmund! Oh, Edmund! Ist das nicht wundervoll? Wo warst du? Bei Herrn Tunnel! Geht es dir gut? Du siehst schrecklich aus. Was hast du erwartet? Was hast du erwartet? Weißen? Mir ist toll. Wir kommen von mir zurück. Wir kommen von mir zurück. Ich will nicht das Mädchen sein. Ich will nicht das Mädchen sein. Ich will tauschen, warte ich steig aus. Wechsel? So. Yeah, jetzt bin ich cool. Du kannst auf den Ball laufen. Dann mach das. Ja. Sammel du schon mal die ganzen Sachen ein. Und bitte achte darauf, dass du mich nicht verlierst. Wie? Dich verlieren? Ja, dass ich da an der Seite roll bin. Yeah, zünde das an. Zünde und jetzt, komm her! Ja, ich will da die ganzen Münzen einsammeln. Ich will hier sinnvolle Sachen tun. Ey, das wollte ich machen. Too late. Warte. Okay, da. Ach, du musst da hochkrabbeln. Ach. Nein. Das weiß ich doch nicht. Kann, äh, hoffentlich kann er da runterspringen. Ja, kann er gut. Da hinten musst du das auch anzünden und dann kommen da die ganzen Münzen. Ja. Diese, diese komischen pinken Thaler da. Ah, toll. Weil du da oben raufkrabbeln musstest. Ey. Dieser Donner ist da noch. Ich komme. Oh, ist das geil, ey. Los, ich steh so auf Bälle rumhüppeln. Oh, bist du privat. Ja, aber was ist das denn so? Komm da jetzt nicht gleich die Wölfe? Ja, wir müssten nicht gleich kommen. Und das musst du da jetzt gegen schubsen. Hab ich vorhin schon. Ja, da. So, mach kaputt. Und du musst das zu mir kommen, dann müssen das kaputt. Oh, da ist tatsächlich Edmund. Und du musst das denn. Oh mein Gott, was war das? Was? Was? Wie geht das nochmal denn dagegen schlauern, oder? Na mal. Mit vier Elgen? Ja. Au. Ja, jetzt kommt er. Wölfe. Wölfe. Ich will das holen, aber das geht nicht. Oh Mann, Arschloch. Wie chill. Komm her. Du musst jetzt von dem Ding runter, sonst kommst du nicht durch. Ich weiß, aber ich will drauf bleiben. Das geht nicht. Ah doch! Hä, gehen wir das mal nicht? Wahrscheinlich warst du da zu viel gelaufen, aber der Ball war wahrscheinlich größer. Wirklich. Ey, wie dumm das aussieht. Hast du was gegen Lucy und ihren tollen Ball? Ja. Du kannst ihn näher nachher klein schlagen. Ja, stimmt. Das geht, ne? Aber so machst du schon wieder vergessen. Du hast so lange nicht gezockt. Ey, lass mich das machen. Ach Mann, das wollte ich machen. Du benimmst dir alles. Tja. Ich hol schon mal hinten die München. Ja. 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 Was bringen eigentlich die Bonusgegenstände? Ja, kann man doch nachher was verkaufen und nicht. Warte, zurück. Ach so, da musst du ja, hier muss ich dich ja mitnehmen. Komm her. Och Mann, ich will einfach mal von meinem... Oh mein Gott! Was wird das hier für Wachs, Mann? Die hatten wir noch nie. Geil. Ey, jetzt muss sie da durchgezogen werden. Wie dumm ist das denn? Mein Ball. Ich will ihn wieder haben. Wir haben sich ja schon wieder tausend Sachen vergessen. Mh, schön. Ah, das ist immer zu... 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 Ich nehm. Und jetzt doch du den ein aufs andere Herz. Wow. Arschloch. Toll. Die kleine Schwester einfach im Dreck liegen lassen. Das ist doch normal. Würdest du mit mir auch machen, ne? Natürlich, würde ich mir so dir auch mal machen. Ich bin doch ganz lange weg gewesen. Ja, sie ist so lange weg gewesen. Die Schleife war doch toll. Ey, Rauchen ist ungesund. Hier scheint das innere Gleichgewicht... Er ist sowieso schon so alt. Er ist sowieso schon so alt. Was ist das ungesund? Na und das Stück krass bestimmt eben... Ich habe vertödlich sein. In diesem Kleiderschrank da oben. Rauchen fügt ihn und den Menschen in ihrer Umgebung schade ist so. Kannst das auch nicht... Das gab sie zu mir. Letztens am Kiosk waren da so eine Zigarettenpackung und die sah aus wie Bücher. Die gab es in verschiedenen Farben in Orange, Hose und sowas. Egal. Hose hätte ich mir sofort gekauft. Egal. Die Kies auch. Das sah so geil aus. Und wenn das Bücher gewesen wären, ich glaube ich hätte mir die gekauft. Dann sagt sie logischerweise... Was denn? Weiß das? Wir sollen ja einfach glauben. Ihr seid eine Familie. Ihr müsst endlich lernen... So eine Brille will ich auch haben. Echt geil. Das ist schon so eine geile Brille. Ey, so schlecht sieht die ja nicht aus. Mal gucken, wie viel wir vergessen haben. Bonus-Gehlstände? Vier. Einen. Ah, okay. Aber da steht nicht, wie viele Münzen da insgesamt waren. Das regt mich immer voll auf. Tja. Ah, wir haben keine Münze ausgegeben. Wir waren diesmal sparsam. Ja toll, weil es da nichts zum Ausgeben gab. Das wieder gekriegt immer wieder sehr gut war. Äh, ausgezeichnet nicht, weil uns das Ding da fehlt. Ja. Doch. Was ist das denn? Wie dumm ist das denn? Aber... Ja! Ja, jetzt habe ich ein mutiges Herz. Ey, hör auf. Sorry. Du bist hier. Mehr gibt's nicht. Schade. Was hat das jetzt gebracht? Mutiges Herz? Ich glaube mehr HP. Nee, also Lebensenergie. HP Heilpunkt habe. Die heißen auch in manchen Spielen LP. Lebenspunkte. Lebenspunkte. Die heißen auch in manchen Spielen. Die heißen auch in manchen Spielen. Fertig. Auf. G곧inn.